Road to Fallbar, John. Oh! Überspringen! Oh, der Battle Pass. Da freue ich mich am meisten drauf. Habe ich die Codpoints dafür? Diese Ratten, Alter. Ne, ne. Ja, scheiß auf die Battle Pass, bin ich ganz ehrlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin heute online gekommen für die Season 3. Multiplayer schauen wir uns aber nicht an, denn ich bin so heiß auf Rebirth. Ich habe so unendlich Bock auf Warzone, Rebirth Island. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Boah, wir gehen direkt erst mal Solo rein. Die Jungs online, mit denen zocke ich. Die spielen, glaube ich, sogar Ranked. Kill-Rekord, ich habe so Bock. Ich muss mal gucken, klassentechnisch. Es ist schon wieder eine lange Zeit. Man sieht es, denke ich, in der Klasse. Ja, Facecam leider wieder belastend. Müssen wir heute mit Leben. Oh! Oh! Rebirth Island ist zurück, meine Damen und Herren. Oh mein Gott! Es kann nicht sein. Wir sind wirklich zurück. Es ist wirklich wahr. Keine Verarsche. Nein, 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 nein. Nicht direkt sterben. Nicht direkt sterben. Wissen wir alle. Das können wir uns nicht erlauben. Platten, platten, platten. Ja. Ach, Huch. Anubis. Level 400. Noch nie so ein hohes Level gesehen. Oh! Das Haus habe ich auch geliebt. Digga, Digga, Digga! Wirklich? Das war es, ne? Oh mein Gott! Oh Gott! Neat Beats! Neat Beats! Neat Beats! Heißt du nur Mario? Neat Beats! Neat Beats! Neat Beats! Neat Beats! Neat Beats! Digga, wie geil ist der Clip! Mario? Er sagt doch Mario oder irgendwie sowas, ne? Ah, John, John! Oh mein Gott! Oh nein, zu viele! Schmeckt! Oh nein, ich habe noch die Multiplayer-Settings. Bruder, er hört Musik, ne? Er macht gerade das TikTok mit der Musik. Fängt gleich an zu singen. Ihr kennt den Trend. Bruder, das ist so krass. Wir sind wirklich zurück. Hä? Deine Not... Die Steps sind ja völlig insane. Ich kann das gar nicht einschätzen. Es geht ja so ab... Mach mein Gott, Alter! Jaaa! Ja, ich hätte weglaufen sollen. Meine Fresse! Ich quitte auch noch raus aus Reflex, weil ich so sauer bin. Das ist ja ein perfekter Start. Momo, wieso spielst du Multiplayer? Ich bin gerade im Multiplayer. Wir spielen alle im Multiplayer, gerade. Gerade. So B-Buff ist richtig scheiße, John, ne? Wirklich. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Katastrophe. Nein. Geisteskrank. Alles laggt. Es ist auch ganz anders. Sie haben Bodenloot auch so reingeschissen, ne? Das ist wirklich ein Reinzahl Horror. Nein. Äh, 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 äh. Ne, ne, wirklich nicht. Bro, ich spiel Multiplayer gerade. Ohne Nächste. Ich bin doch jetzt gerade dafür online gekommen, dass ihr jetzt mich hier so voll nölt. Digga, ich spiel grad Multiplayer. Ich spiel grad Multiplayer. Das kann's nicht sein. Ja, kommt ihr für mich nochmal zurück? Ich weiß nicht, ob ich nach Hoason gehe heute, Bro. Ich bin so gebrochen. Das ist doch immer das gleiche, Alter. Das ist durchgebrochen. Aber was? Hast du echt keinen Bock mehr auf gar keine Runde mehr? Bro, ich bin so durchgebrochen. Also. Das kann nicht sein. Ich schwöre, ich sag ein bisschen übertrieben. Ich war gar nicht so fort und skipfine noch spielbar. Ne, John, wirklich nicht. Du weißt doch, was für ein Warzone Fighter ich bin. Momo, guck mal, hier für dich. Nein, Spaß, John. Rebirth-Bauer-Galdaga. Ja, ja. Nein! Nein! Doch, doch. Nein, er hat mich verarscht. Wir können dich komplett verarschen. Ich schwör auf alles, er hat mich verarscht. Komplett. Wir haben dich komplett hops genommen. Oh mein Gott. Wieso spielt ihr ja Multiplayer dann? Wieso? Weil Yasin grad nicht da war. Wir warten grad auf jemanden. Ihr wartet auf mich? Nein, wir sind schon drei für Rank. Tut mir leid. Bitte? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Nächste Verarscher? Ja, nächste Verarscher. Du bist halt schon spät dran. Digga, wir spielen jetzt keinen Rank. Wir können auch einfach ein bisschen Public spielen. Wir haben schon Public gespielt. Vierer, Digga. Vierer, rein da. Ich schwöre, ja. Was soll denn das, Alter? Verpasst die Digga, du kleine Hurensohn, Digga. Ich dachte, du bist... Ich wollte nämlich schon wieder... Jungs, Alter, ist es April, oder was? Ja, das ist April. Das war ein Toller. Digga, der Dacht zu überleben. Ey, ich mach gleich ein Lück, Jungs. Ich schwöre, wir können nämlich nicht so... Abs nehmen jetzt. Abs nehmen. Alle landen top, das ist bodenlos. Control Center, wir kämpfen wirklich die ganze Runde Control Center auf unser Leben. Shooter Shoot. Was, hier ist einer... Danke. Shooter Shoot! Shooter Shoot! Kamera gebrakt. Es ist aber verschwitzt, oder? Ja, ja. Der Inder mit Tinder heißt der. Er heißt der Inder mit Tinder. Jungs, ich blöd mich kurz. Ich bin ready. Ich bin ready. Ich bin ready. Okay, okay, okay. Focus up. Oh! Nein, das ist so lecker. Bestes Spiel an Zeiten. Jetzt hab ich's gesagt. Der Inder mit Tinder. Kleine Kinder. Mit Tinder. Ja. Okay, der Gas müssen wir alles rausschneiden. Och du Scheiße. Nein. FW 100. Oh, beide. Beide für den Onkel. Oh! 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 Ich bin zurück. Tut mir leid fürs Gestöhne. Ich entschuldige mich. Rebirth Island hab ich gebraucht. Ich werde so eine 40-Bomb hitten. Deutsche... Deutsche Key-Rekord. Die Waffe, die ich habe, schmeckt auch ein bisschen, muss ich sagen. Solo auch geil. Mein. Nice. Moin. Jackson Action. Hä? Wo ist hin? Ja, ist wirklich fast noch weggekommen. Ja, moin. 7 Kills. Ich mach 20 die Runde jetzt. Auf Ansage. Was macht ihr dann? Was macht ihr dann? Gegenangebot jetzt. Sofort in die Kommentare. Ihr kommt schon in den Endkunden mit Coach John. Oder bestellt euch CyberGhost über meinen Link in der Beschreibung. Hier vorne ist einer. Nein, der liegt hier. Oh, hab ich eine Kill bekommen? Ich weiß nicht. Die Waffe, die ich habe, ist ja komplett brutal. Oh Gott. Das ist der Bot-Lobby. Only Bots. Only Bots. Wo? Wo? Nein. 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 Zeh das wie. Oh Gott. Ja, und ich muss natürlich den Bären wieder challengen. Und ich muss wieder die Runde kaputt machen. Ich bin wirklich der größte Vollidiot. Okay, wir gehen jetzt zu den Jungs. Jungs, ich bin Idiot, Digga. 10. 10. Ja? Ja. Klar, Digga. Euch geht es allen besser als mir, Digga. Ich mache 10 Kills. Early Game. Und dann springe ich mit Deal auf 3 Leute, weil ich ein Idiot bin. Weil du ein gieriger Bastard bist. Weil ich wirklich so ein gieriger Hund bin. Komm rein, John. Komm rein. Ja! Das ist das, was ich hören wollte. Oh! Rein mit dir, Bitch. Hast du ihn reingesteckt, Momo? Ich habe mir heute wieder Burger bestellt, Digga. Doch kein Sixpack. Ja, Leute. Aber ich musste mir heute gönnen. Ich war auch Joggen, Basketball spielen. John, nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, drehen wir durch, oder was? Dann drehen wir durch, Digga. Dann machen wir loko. Bastischzeit klasse, du Lacher. Anfangston nervt gar nicht, ne? Bruder, wie ihr mich gebrochen habt, Digga. Sagst du, John? Soll ich dir einen Trick sagen? Ja. Drück einfach immer F10. Digga, danke für den Trick. Habe ich schon längst gemacht. Ja, warum redest du dann über Anfangstöne, Digga? Let's go, boys and girls! Erste Runde! Wars on Rebels! Silent! Drakka drauf! Geht dir Elgato? Immer. Elgato. Digga, wir dürfen es nicht mal Elgato nennen. Elgato ist es nicht wert, diesen wunderschönen Ort mitzubekommen. Galaxi war stolz auf mich. Bei mir ist einer. Bei mir ist einer! Nein! Oh nein, das täglich nicht! Momo! Ich dachte, John got it. Ach! Ich muss pushen, Jungs. Ich muss pushen, Main Building. Bin aber toter Mann, Jungs. Spaß, er ist roter Mann. Ich bin so killgeil. Ich bin so killgeil. Ich bin so unvernünftig in meinen Entscheidungen, Jungs. Ihr müsst mich wieder zusammen. Ihr müsst mich wieder... Oh. Oh, Gottes Willen, Alter. Hundeficker. Digga. Oh. Digga, ist die SVA? SVA, hä? Hat er mich gehört? Ach Digga, mein Gott. Ich schwöre, was ist das für eine Explosion eigentlich immer? Immer so 12 auf einmal! Weißt du was, ich hoffe, Basti Digga? Ich wüsste, ich hoffe, er guckt nach... Digga, Momo... Oh! Wie die Luft geschickt! Hilfe! Hilf mir mal bitte! Hilfe! Fass mich an! Okay, es kommt komisch, wenn Yassin... Wenn ich Yassin sage. Wieso Digga? Wenn Yassin jetzt vor der 15 ist. Nein! Basti will sich von 15 anfassen. Das ist krank, Alter. Oh, wie er mich gef***t hat mit... Oh, schlechter Loot. Digga, du hast auch... Das hat mich so traurig gemacht. Ja, ich bin... Ich bin ne... Ich bin ne liebe Seele, Digga. Ich glaub euch das. Halt deine Fresse, du... Oh, die... Die Striker 9, weißt du? Bedarf, oder? Ich wollt grad sagen... Dreckswaffe, Digga. Weil du einen Ganzen veraimt hast... Ja, ja, du hast veraimt, du Arschloch. Du hast veraimt. Selber. Lachen alle Kälber. War wirklich für mich. Oh, der Rasen ist voll schön hier. Er hat gefragt. Voll Bart behaart. Das war früher nicht so. Ey, da vorne ist halbe Lobby bei Onkel John. Ja, ja. Hab komplett Angst, Jungs. Mohammed hinter dir! Ich hab Hitmarker-Sound aus, Digga. Ja, das fühlt sich so komisch an hier. Wieso? Hast du auf den Kopf gefallen? Das fand ich irgendwie immer mal ganz geil. Ja, ich mach's gleich mal wieder an. Mein Digga, da kommt einer. Hier kommt einer, hier kommt einer. Ach mein Gott, Alter! Kann ich noch zum Drop? Ja. Geht nicht Drop, geht nicht Drop! Einer ist auf mir! By the way, C4 ist wieder Weibel. C4 gegen Sifu ist wieder da. Oh mein Gott. Na tot, keine Chance. Schlecht Basti, schlecht. Oh, ja, ja. Ich hätte lieber eine BW-Shot-John kaufen sollen. Alles gut, Digga. Die Map ist es. Digga! Ein Small Basti, du Bängel, Alter. Ha, 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 cash. Ha, 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 moin! Ihr Goofy-Streamer könnt euch das alle nicht leisten. Ich werde jetzt Basti. Basti, Basti! Abonnet Sifu. So, ich werde jetzt eine Gunnergy aufmachen. Ich hoffe, dass Monte sieht. Ich hoffe so, dass Monte sieht, Digga. Monte... Grüße, Johnny soll dich von Kotelare grüßen. Wenn schon heute Magenhops nehmen, dann heute richtig. Sweet Lemon, was nehme ich? Sweet Lemon oder White Peach? Gunnergy auf die Eins! Mit noch extra Eiswürfeln, Digga. Ach, Digga, jetzt ist es ausge... John, du kennst doch Belle-Delfinen, oder? Was bin ich? Ne, kenn ich nicht. Kennst doch diese Belle-Delfinen noch, oder nicht? Schon mal gehört, die hat ihr Duschsaum oder irgendwas verkauft. Ja, mit ihrem Badewasser. Ja. Die Badewasser verkauft. Ja. Die verkauft jetzt eine... eine Sexpuppe von ihr. Mit ihren getragenen... Wirklich? Und so, ja. Ach, Digga. Dieser, dieser Grüne? Ja. Der ist okay. Ja, der ist, der ist okay, ja. Wobei, ich fand, Lila war gottlos. Echt? Lila war mein Favorite. Ja, ich fand Lila wirklich bodenlos. Der Beste mit Abstand, der... Tropical. Hier sind so viele Gegner. Oh Gott, hier sind so viele Lips. John! John! Hm? Mein Chat sagt, du sollst die nächsten Videos mal besser schneiden. Huh? Digga. Heißes krank, Alter. Huh? Deutsche irgendwo hier? Boah, er hab' ich so gesaunt und kriegt hier so ne... so ne Schelle. Blauer Wolf, kannst du mich heilen? Blauer Wolf. Blauer Wolf. Dankeschön. Blue Wolf. Los jetzt! Ich bin der Boss am Apparat. Das macht so Spaß, hä? Ey John, versuchen wir uns zu viel zu werfen. Das wirft sich wie zu blau... Wir zwei Zeiten. Ach, ist auch ne Lüge. Nein, Bro. Probier's los. Kilo. Hä? Ich check nicht, wieso ist die SVA so gut? Ja. Habt ihr schon Lodi? Nein, nein. Oh nein, oh nein. Digga, was geht's hier ab in der Runde, Digga? Ich massiert alles, was nicht bei drei massiert wird. Keine Moni. Komm, push mich, du Hund. Du ne Handball, weißt du? Hm, ja, ja. Sind die über mir oder unter mir? Ich weiß nicht. Geht ihr ab, Digga? Oh mein Gott, Digga, wer ist hier? Ich hab mich ankill, Digga, ich schüsse. Ich massiert so Mamas. Die armen Mütter, Digga. Oh nein, bis dann. Keine Lodi-Kochen. Keine Lodi-Kochen. Oh mein Gott, er hat mich so gef***t, Digga. Ich komm nicht hoch. So ein zweiter Squad ist... Digga! Schade da, Großer, schade da. Jungs, 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 Jungs. Digga, was mach ich hier, Digga? Digga, Weltrekord. Was will er von mir, was willst du? Er gibt mir andere SVA-Klasse, ja, moin. Basti, er sagt dann, ist scheiße. Wer? Blue Wolf. Ich hab die von Blue Wolf, Bro. Nein. Alles mit diesem Visier, wo er gar kein Aim mit dem Visier danken kann. Für nichts Blue Wolf. Oh mein Gott, bock das, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Deine Arsch. Tja, Momo ist da wie eine Runde. Digga. Du hast schon wirklich zehnmal oder so gestorben, ne? Haben sie gekocht? Alter John. Alter John. Digga, ich hab so... Ich hab so... Ich bin so'n Haufen Elend, Digga. Digga, John. Die sind alle, oder? Digga, bei mir ist es nicht alle. Bei mir sind alle. Wie, sicher ist der Lowdown? Ob es keine Eins bis Zehn am Lowdown sind welche? Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Schon haben wir. Ich bin tot. Digga, Mutter ist eine Fure. Digga. Ja. Ich hab so'n Loser, Digga. Ja, ich hab ihn auch gefinished. Nice. Nice, Jungs. Stark. Also ich hatte 15 Kills, ne? Wie viele Kills hat der Momo? Oder lass los Digga, ich schosse. Lass sie geh mal los. So, ich bin wieder runter ranked. Echt? Oh mein Gott. Weil John, geh bitte auf Belohnungen und guck dir bitte die Iri-Tarnung an. Oh, wo, 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 wo? Belohnungen? Fähigkeitsstufen? Ne. Also Herausforderungen, Herausforderungen. Herausforderungen. Dann alle Belohnungen ansehen und dann gehst du auf die Iri-Tarnung. Und die sieht so schön aus. Iri ist schillernd? ... Wenn ich jetzt mal ne ausreißender Runde hab', dann krieg ich trotzdem die Punkte. wird gefragt gefragt zu leid passiert aber du kannst nicht angreifen und dann aber wieso sagen wir deutschen immer dicker ist einfach so dicker so dicker stehen von dickerchen immer mit den sagt so diggy und dicker und dann wurde aus dickerchen ein digger ich hab ja früher mal diggy gesagt wir landen alle zusammen äh unter der tür ja ok 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 let's go let's go ist jetzt rank ich habe minus 60 punkte ich brauche ganz viele punkte ich bin ich brauche ganz viele punkte du kriegst aber am anfang echt viele punkte wir landen alle unter der tür außer john ach ich bin so ein vollidiot digger umgelandet ich bin so ein vollidiot ja du bist umgelandet ist aber nicht schlimm macht auch immer ja was geht jassin was geht ja ich hab gott du heißt jassin also ich hab's mal gedacht du bist der jassin der echte aber am cut im klaren deck frechheit sag ich so wie es ist oh mein gott oh süße mann der hat einfach getötet der hund ja lass mich bitte ihn du kleiner hundeson digger oh digga ich hab seinen mutter genommen einfach titanic steht break also ich habe keinen platten jungs dann dreht sie rauf hab einen weil ich der boss bin das ist der umständlichste drauf der offenste drop auch aller zeiten ich bin schon auf dem weg nach oben ich hab noch nie so'n fehler gemacht jungs ist der größte fehler den ich den ich je gemacht habe meinem ganzen lebensschlechtsentscheidung allerzeiten da hinten noch welche sind noch welche aussehen da hat sich einer hochgezogen ich habe das ganze web ist bei mir ich bin tot ja noch oder gefallen wir sind halt fast mit sonn jetzt nicht mehr bei mir sind welche hat er mich gehört liegt alles ich habe mich selbst gesprengt was bin ich alter ist das geistkrank kann mich mal anfassen ich komm Basti ja ich komm oh hab ich ja selbst gehealt ich komm so safe ey gar was ich kauf schon oder kauf du mir schnell ey geht keine mehr schade na schade ich wollte eh kein safe safe ist eh overrated konnte man schwimmen auch bei der anderen rebirth map ne 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 ist komplett neu ist ja geistkrank schwimmen ist ein geiles feature muss ich sagen jetzt habe ich es gesagt das wasser ist richtig geil ja sieht richtig schön aus das wasser ja ey wollen wir in prison hochgehen selbst mit deinen grafiksettings Basti ja ja selbst mit deinen grafiksettings ah sie bin ich sorry mit deinen 3ks labert er mich voll digga ich fass es nicht zwei stück mach mich nicht zum hund du hast angefangen digga wieso fliege ich nicht richtig digga wieso fliege ich wie so ein f***ing wieso fliege ich wie so ein f***ing gurkenbill peter alter bin runter gegangen ja es sind einige du bist der aller allerbesteste keiner weiß wie ich die geholt habe soll ich zu dir hoch die noch alle waffen und so ich werde dich hochholen hilfe digga john wie hast du das gecarried keiner weiß aber auch alles wow mann nein du bist eine warzonelegende oh danke Basti danke dass du sowas sagst äh äh wollen wir noch schnell shoppen gehen weil da oben lang zu move ist schwierig die aim uns von überall ab ja ich wollte eigentlich meinen Staff da oben holen dabei egal das ist halt gefährdet die werden die aim hier ab ja 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 lass einfach rechts lang keine Drohne holen von top von top Drohne können wir auch machen aber ich glaube Prezi zu move ist besser nein ich hab grad mein Ohr gekratzt ich hasse alles das ist ein guter zeitpunkt für ein Ohr kratzer ja wir müssen hier unten lang move'n digga dieses Gebäude ist neu oder ja Mörser mitgenommen digga das Gebäude ist komplett hier go on the aim und so abbasieren mhm deswegen hier durchs Gebäude mhm Mörser aufgemacht Mörser aufgemacht wow das ist so schwierig wenn wir das überleben sind wir die Besten er ist schon direkt hier vorne er ist schon direkt hier unten schon hab einen stark ist ihn oh Gott es sind so viele hab einen pass auf nice ich hab ne Plattenbox wenn ihr braucht Plattenbox ich muss Plattenbox werfen ich hab keine Platten mehr hier okay das wird jetzt immer das wird jetzt richtig sweat ich hab ich hab genug nimm die trotzdem ich hab auch ich bin auch voll oh ja John wir haben noch Plattenbox wenn du willst wie ist S.O.A. Subwerter ist die gut die ist immer gut der Weibel Kommt die hoch Weibel ja ich geh noch an den Shop und hol noch ich hab noch Moneybox noch geiles Visier äh John hier oben ist noch ein Self dann komm ich da hoch oh alle da ey ich kann die ich kann die wir können hier unten durch aber die werden sich abweilen oder oh oh renn renn wo 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 was denn was denn rennt was denn rennt in dem Tunnel sind ganz viele die kommen Basti nice ok 4 3 komm 1 2 3 komm der letzte Der nick kann go wir sind alle auf der Ebene hier 1 shot dead direkt von uns ganz von uns er ist selber 1-shot ich muss kurz dodge'n 1 shot 1-shot neu sie kommen von hinten die Gegner hier ich überrasch die der springt raus noch 하나 nein 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 hast du hast du hast du Stark, stark, stark. Oh, mein Sheet-Break. Zähl mich an. Wir werden jetzt sterben, oder? Zähl mich an. Okay, ich hab einen Lock hinten bei der Treppe. Ich war zu gierig. Ihr habt das. Top 3? Ein 3er-Team bei mir. Ich hab oben auf dem Dach. Das ist die beste Posi. Hab einen. Luxi, hier, hier. Zwei. Da unten, da unten sind die. Hab zwei dead. Minder, da hab ich wohl. Hab einen, hab einen. Habt noch einen, noch einen. Zwei, zwei, zwei. Die liegen da. Die sind da, beide in der Ecke. Die sind da, beide in der Ecke. Beide liegen da. Ja, ich pushe, ich pushe, ich pushe. Hey, mit Gläser. Ah, bei dir. Oben im Haus, im Haus, Yasin. Ja, alles gut. Im Haus und hier noch. Okay, okay, ist der letzte. One v one. Sehr offen. Erst am Fenster, ich sehe eine Waffe. Nur noch am Fenster. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay, finisher, 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 finisher. Ey, komm her. Jawoll, 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 jawoll. Come on. So und nicht anders. Geil, Digga. Schmeckt. Oh, war das eine intense Endzone, Alter. Geistskrank. Ja, bei mir ist die ganze Zeit die Gönnergy-Dose im Bild.